Gutes Lernen braucht gutes Licht und hier hast du eine flexible Lösung, die FlexLight. Große Flexibilität beweist die FlexLight auch durch die komplett verstellbaren Gelenke. Das heißt, ich kann das Licht jederzeit so anpassen, wie ich es gerade brauche. Der integrierte Klemmfuß macht die FlexLight besonders flexibel und besonders alltagstauglich, weil selbst in der Schrickstellung, also das heißt, wenn ich die Tischplatte entsprechend schrickstelle, folgt die FlexLight immer der Tischplatte. Das heißt, egal in welcher Position, ich habe immer gutes Licht. Der Klemmfuß ist zudem besonders kinderfreundlich und kann total leicht abmontiert werden und woanders wieder neu montiert werden. Ich drehe hierzu einfach auf, ziehe den Klemmfuß raus, suche mir die neue Position aus, stecke den Klemmfuß dran und drehe wieder zu. Tatsächlich in wenigen Sekunden machbar und kinderleicht. Gesundheit liegt uns bei MOL besonders am Herzen. Daher kannst du die FlexLight von 100% auf 5% runterdimmen und kannst somit die Lampe immer den Lichtverhältnissen anpassen und schonst somit auch deine Augen. Zudem schaffst du dir ein tolles Ambiente. Wie machst du das Ganze? Durch Finger auflegen auf den Dimmer, änderst du sofort die Lichtstärke und schaffst dir so deine Lichtverhältnisse. Eine weitere Besonderheit bei unserer FlexLight ist unser Ein- und Ausschalter, hier schön verziert mit dem MOL-Logo. Durch dreisekundiges Drücken habe ich hier nämlich ein Nachtlicht mit integriert. Das Nachtlicht dient natürlich auch dazu, dass das Kind bei Nacht einen Orientierungspunkt hat und das Tolle hierbei ist, dass ich die Farben auch immer den Lieblingsfarben des Kindes oder deinen Lieblingsfarben anpassen kann. Wie mache ich das? Indem ich 5 Sekunden auf das MOL-Logo drücke. 1, 2, 3, 4, 5 und schon habe ich das Nachtlicht in der Farbe, die du gerne hättest. Eine weitere Besonderheit der FlexLight ist unser integrierter USB-Charger, der somit zwei Steckdosen ersetzt. So kann ich problemlos schnell mein Handy aufladen, wie du hier siehst, oder für die Jüngeren unter uns zum Beispiel die V-Tec-Uhr oder Kinderspielzeug, das eben auch mit USB funktioniert. Der Klemmfuß, der FlexLight, passt bis zu einer Tischplattenbreite von 23 mm. Wer jetzt einen etwas breiteren Tisch hat, dem kann ich folgende Lösung ans Herz legen. Hier siehst du nun unsere L7, die die gleichen Funktionen hat wie auch die FlexLight, mit dem Unterschied, dass wir keinen Klemmfuß haben, sondern einen stabilen Standfuß, der unglaublich stylisch ist und zudem auch als Stiftablage dienen kann. Auf die L7 und auf die FlexLight erhältst du zwei Jahre Garantie. Ich hoffe, ich konnte jetzt Licht ins Dunkle bringen und bin gespannt, für welche Lampe du dich entscheidest. Blöhm Untertitelung des ZDF, 2020